Ich bin abhaalig gespannt und ich kann einfach nur beten. Also wenn eine 2 vorne dran stehen würden, wäre ich mehr als zufrieden, aber ich fürchte, dass eine 1 vorne dran steht. Das finde ich schon schade, weil alle reißen sich den Arsch auf, sie hängen da mit Schmerzen auf den Geräten und sie, wisst ihr nicht, muss achtet so ein bisschen unsere Leistung. Ja, Gänsehaut, Junge, da geht ja alles hoch. Ich muss mich verneigen, Alter. Ich muss mich verneigen. Hast mich schon das zweite Mal überrascht, muss ich sagen. Also Hut ab. Das war jetzt wirklich nochmal eine starke Leistung. Viele unterschätzen mich. Okay, ich habe nichts in die Kamera gesagt, gar nichts. Doch, wir haben nur Scheißerz. Irgendwie habe ich aber das dringende Gefühl, mich zu entschuldigen bei Valentina, weil ich denke, ich tue ihr Unrecht. Ich glaube, wenn wir zurück sind, egal auf welcher Seite, nehmen wir beide Unsinn. Ja, und müssen mal direkt reden mit ihr. Klicze mal rechts und links einen Backenkuss. Ja.